Was bisher geschah. Weltraumpiraten überfallen überall in der Galaxis dutzende Frachtschiffe. Commander Cosmo wird vom Interplanetarischen Geheimdienst um Hilfe gebeten, dem Treiben der Piraten ein Ende zu setzen. Während eines Weltraumgefechts gelingt es dem Commander mit seinem Co-Piloten Red und dem schnellen Raumschiff Silverstar, einen Piraten gefangen zu nehmen. Man kann in Erfahrung bringen, dass die Piraten sehr organisiert und im Auftrag von einer noch unbekannten Person handeln. Commander Cosmo schmuggelt sich schließlich gut versteckt an Bord eines Piratenschiffs, welches ihn zum Planeten Portus führt. Dort gelangt er jedoch in die Fänge des Schwarzen Barons, welcher der Kopf der Piraten scheint. Von den Piraten entwaffnet, ist der Commander dem Schwarzen Baron ausgeliefert. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation und dass Sie Ihre Waffe haben fallen lassen, Commander. Hebt sie auf. Und nun, für wen arbeiten Sie? Ohohoho, quid pro quo, Baron. Ich bin euch entgegengekommen und habe meinen Blaster fallen lassen. Und nun seid ihr wieder am Zug, denke ich. Für wen arbeitet ihr denn? Sie sind ein verwegener Mann, Commander. Das bewundere ich. Aber was soll's? Sie werden diesen Hangar ohnehin nicht mehr Leben verlassen. Daher kann ich euch auch etwas über meine Pläne verraten. Ich bin ganz ohr. Sehen Sie, Commander. All das hier dient nur einen Zweck. Eurer Regierung ihre eigene Schwäche und ihre Machtlosigkeit zu demonstrieren. Es geht hier nicht um Piraterie oder Profit. Es geht um Politik, mein Freund. Um Politik. In der Regierung gibt es einen Senator, der findet, dass euer verweichlichter Präsident schon viel zu lange im Amt ist. Es geht um einen Umsturz. Ganz genau, mein Freund. Die Piratenüberfälle sind nur ein Teil des Plans. Ich verstehe. Sie wollen intrigieren und den Ruf des Präsidenten und somit der Regierung schaden. Wirklich. Sie sind ein cleveres Kärchen. Tja. Vielleicht zu clever für einen lausigen Piraten. Sie hätten auch besser auf ihre Umgebung achten sollen, Baron. Hä? Was meint ihr denn damit, Boss? Neben meiner Waffe hätten sie auch meinen Kommunikator verlangen sollen, den ich am Handgelenk trage. Oder dachten sie wirklich, ich wäre alleine hier? Red? Was für ein Kampfmodus? In Bereitschaft? Geben sie es denn? Sorry! Bringt euch in Sicherheit! Eure Einstellende. Die dürfen genug haben. Kampfpaktische Analyse. Menschliche Verluste. Null. Umgebung. Zu 87 Prozent zerstört. Analyse Korrektur. Umgebungszerstörung. 88 Prozent. Los! Schnell zurück zu Silverstar und dann nach Central City. Galahad muss erfahren, welche Absichten hinter den Plänen der Piraten stecken. Demיד. Brand Anna. Nur erste минут. Der Neon, der Kapitel. Wir brauchen dann drei Jahre. Zurück beim Geheimdienst auf Central City. berichtet Commander Cosmo dem Geheimdienstchef Galahad vom schwarzen Baron und den Plänen, dass ein Senator mit Hilfe der Piraten den Umsturz der Regierung plant. Ich kann es nicht fassen. Ein wirklich teuflischer Plan. Aber wer könnte dieser Senator sein? Ich weiß es nicht. Der schwarze Baron hat keinen Namen genannt. Und selbst wenn er es getan hätte, wir hätten keine Beweise für eine Verhaftung. Der schwarze Baron? Wo mag der hergekommen sein? Auch das weiß ich leider nicht. Er sprach stetig von eurer Regierung und euer Präsident. Mir scheint, dass er zumindest nicht zur Interplanetaren Union gehört. Wie dem auch sei. Wir müssen zunächst herausfinden, welcher Senator in diesen Machenschaften verstrickt ist. Richtig. Wenn wir erst einmal wissen, um welchen Senator es sich handelt, können wir auch ermitteln und Beweise gegen ihn sammeln. Zufälligerweise ist heute eine außerordentliche Staatsversammlung einberufen worden. Sie und ich werden daran teilnehmen und uns die Senatoren einmal ganz genau anschauen. Werte Anwesende, ich bitte um Ruhe. Ich bitte um Ruhe, werte Anwesende. Bitte, nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Als nächstes spricht zu Ihnen Senatorin Montra. Senatorin Montra. Senatorin, Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen, Vorsitzender. Werte Senatorin und Regierungsangehörige. Ich habe zur außerordentlichen Sitzung rufen lassen, um über einen Missstand aufzuklären. Über einen Missstand in unserer Regierung. Besser gesagt, ist unsere Regierung der Interplanetarischen Union ein einziger Missstand. Ich muss um Ruhe bitten. Beruhigen Sie sich. Ich rufe den Saal zur Ordnung. Werte Anwesende, bitte, nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Dann fahren Sie fort, Senatorin. Seit Wochen werden die interplanetaren Handelsrouten von Piraten belauert und Frachtschiffe angegriffen und gekäpert. Und die Regierung? Sie tut nichts. Oder nicht genug, um gegen diese Piraten vorzugehen. Wie Sie wissen, bin ich Eigentümerin der Portos Handelsgesellschaften und Vorsitzende der Handelsunion. Und es sind vor allem Schiffe unserer Handelsunion, welche den Piraten immer wieder zum Opfer fallen. Wenn nicht endlich etwas unternommen wird, sehe ich die Handelsunion dank dieser unfähigen Regierung für gescheitert und lege nicht nur mein Mandat, sondern auch alle Handelsabkommen nieder. Ja, sie hat recht. Ruhe bitte. Ich bitte um Ruhe. Ich muss um Ruhe bitten. Ruhe bitte. Senatorin Mondra, Sie wissen, was das bedeutet. Eine Niederlegung Ihres Mandats hätte schwere politische Auswirkungen zur Folge. Neuwahlen wären unumgänglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie, hochgeschätzte Senatorin, dies wirklich wollen. Doch, genau das ist meine Absicht. Ich stelle somit ein Misstrauensvotum gegen die aktuelle Regierung und teile jetzt an Ort und stelle mit, dass ich mich selbst als Kandidatin zur Neuwahl des Präsidenten der Interplanetarischen Gemeinschaft aufstelle. Ja, das ist eine Niederung der Regierung. Na, Sie mal an. Hm, ich glaube, wir haben unseren Senator gefunden. Was meinen Sie, Commander? Noch haben wir keine Beweise. Aber die Indizien sprechen dafür, dass Senatorin Mondra hinter all dem streckt. Das hätte mir auch gleich auffallen müssen. Wie meinen Sie das? Sie ist die Senatorin vom Planeten Portos. Dort, wohin die Piraten ihre Beute geschmuggelt haben und ich auch dem schwarzen Baron begegnet bin. Es waren zudem meist Ihre Frachtschiffe, die überfallen wurden. Und für Sie wäre es ein leichtes gewesen, die geheimen Handelsrouten an die Piraten zu verraten. Was haben Sie jetzt vor, mein Freund? Wir müssen Mondra ihre Beziehung zu den Piraten irgendwie nachweisen. Und das gelingt uns sicherlich nicht hier auf Central City. Ich werde mich in Ihr Haus auf Portos schleichen. Vielleicht stoßen wir dort auf irgendetwas, was Sie in Beziehung zu den Piraten setzt. Während Red mit der Silver Star in den nahen Wäldern von Portos versteckt ist, schleicht sich Commander Cosmo in das große Anwesen von Senatorin Mondra. Im Haus sucht Cosmo nach dem Arbeitszimmer der Senatorin, immer auf der Hut, nicht von den Wachen entdeckt zu werden. Erschworene Mitteilung. Ich hoffe, Sie wurden noch nicht entdeckt, Commander. Nein, Kumpel. Bisher bin ich ganz gut durchgekommen. Was gibt es? Erfreuliche Nachricht. Ich habe hier während meiner Wartezeit auf der Silver Star in den Computerarchiven von Portos einen Lageplan des Mondra-Anwesens auftreiben können. Der sollte für Ihre Mission hilfreich sein. Einen Moment, Kumpel. Da kommen zwei Wachen. Ich muss mich kurz verstecken. Hier ist alles in Ordnung. Sehr gut. Überprüfen wir nun die unteren Etagen. So. Sie sind weg. Bestätigung. Durch meine Wärmeimpulssensoren ersehe ich, dass sich die Wachen in das unterste Stockwerk begeben. Was? Du kannst sie sehen? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du so etwas kannst? Rechter Vorwurf. Sie haben mich nicht danach gefragt. Wenn du mal wieder ein Update durchläufst, informiere mich bitte über deine neu hinzugewonnenen Fähigkeiten, Kumpel. Erfreute Anerkennnis. Das werde ich tun. Okay. Kannst du mich zum Hauptbüro der Senatorin Lutzen? Suffisante Zustimmung. Natürlich kann ich das, Commander. Sie müssen sich nur noch auf das Stockwerk über sich begeben. Dort befindet sich der Raum, den sie suchen. Aber Vorsicht. Momentan patrouilliert eine Wache auf den Gang. Nicht so schnell. Ich schlage vor, sie warten einen Augenblick am unteren Treppenrand. Gut so. Die Wache dreht wieder um und durchläuft den Nebengang. Jetzt sind sie außer Sichtweite. Sie können ihren Weg nun fortsetzen. Der Raum vor Ihnen. Zu Ihrer Linken. Ziel erreicht. Danke, Kumpel. Befriedigende Äußerung. Gern geschehen. So. Ich bin drin. Vielleicht finde ich etwas in den Unterlagen der Senatorin. Irgendwo hier muss sie doch ein Datapad oder sowas haben. Kannst du mit deinen Sensoren auch danach scannen? Betrübtes Eingeständnis. Tut mir leid, Commander. Dafür bin ich zu weit vom Gebäude entfernt und empfange zu viele sich überlagernde elektrotechnische Impulse, um die Signatur eines einzelnen Gerätes zu identifizieren. Dafür müsste ich... Oh-oh. Oh-oh? Was heißt oh-oh? Alarmierte Feststellung. Senatorin Mondra ist soeben mit ihrer Fähre eingetroffen und begibt sich ins Haus. Sie scheint in Begleitung zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Hauptbüro aufsuchen wird, ist sehr hoch. Und... Oh-oh. Schon wieder oh-oh? Würdest du bitte damit aufhören? Besorgte Beobachtung. Wie sie wünschen. Die Wache ist zurückgekehrt und patrouilliert nun wieder vor ihrer Tür. Sie haben keine Möglichkeit, den Raum rechtzeitig zu verlassen. Ich schlage vor, sie verstecken sich in der Klarenkammer zu ihrer Rechten. Es wird zwar etwas eng werden, weil sich darin ein Reinigungstruide befindet, aber es ist die einzige Möglichkeit, um unentdeckt zu bleiben. Okay, Kumpel. Funkstelle ab jetzt. Mein Auftritt bei der Senatsversammlung dürfte der Regierung zu schaffen gemacht haben. Unsere inszenierten Piratenüberfälle auf meine Frachtschiffe werden dem Präsidenten das Genick brechen. Nicht mehr lang und ich werde auf seinem Stuhl sitzen. Ich gönne mir darauf einen kleinen Siegestrunk. Ich weiß ja, dass Sie nichts trinken, sonst würde ich Ihnen auch etwas anbieten. Hochmut kommt vor dem Fall, Senatorin. Noch haben wir nichts erreicht. Und für eine Siegesfeier ist es verfrüht. Muss ich Sie daran erinnern, dass meine Gebieter äußerst ungehalten über die nur langsam voranschreitenden Entwicklungen sind? Eure Gebieter sind ungehalten? Mein lieber Baron, muss ich Sie daran erinnern, dass eure dezimierte Flotte unterlegen ist? Mit einem Krieg wäre euer Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Ihr braucht mich, um in eurem Teil der Galaxis herrschen zu können und zu unserer beider Vorteil wieder zu Reichtum und Macht zu kommen. Eine Hand wäscht die andere. Ihr helft mir, mit euren Piraten die Präsidentschaft an mich zu reißen und im Gegenzug erhaltet ihr die notwendige finanzielle Unterstützung für euer Vorhaben. Ich glaube, Sie verkennen die Lage, Senatorin. Nicht wir arbeiten für Sie. Sie arbeiten für uns. Lassen Sie mich runter. Ich könnte Sie jetzt wie eine Made zerquetschen. Vergessen Sie nicht. Wir können Sie für unser Vorhaben auch durch einen anderen Senator ersetzen. Verdammt! Wen haben wir denn da? Den Schnüffler aus dem Hangar? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Das ist Commander Cosmo. Er arbeitet für Gerlehard und den Geheimdienst. Ich habe die beiden zusammen bei der Senatsversammlung gesehen. So. Ein Agent also. Der eine Waffe auf Sie richtet, Baron. Ich denke, ich habe genug gehört. Ich verhafte Sie wegen Hochverratssenatorin. Und Sie, Baron, wegen Piraterie und Beihilfe. Sie glauben doch nicht, dass Sie hier lebend rauskommen, Commander. Wachen! Wachen! Und wieder muss ich Sie bitten, Ihre Waffe auszuhändigen. Und Ihren Kommunikator, bitte. Diesmal wird Ihnen Ihr großer roter Freund nicht aus der Klemme helfen, befürchte ich. Geben Sie auf, Commander. Sie haben verloren. Tut mir leid. Daraus wird nichts. Senatorin? Für was ist hier los? Ein Eindringling. Nehmt ihn gefangen. Er schießt ihn. Macht was. Nicht mit mir. Lass die Wicht in den Mund. Lass nicht aus dem Gebäude zurück. Kumpel! Hörst du mich? Kumpel! Es war eine feststehende. Ich empfange Sie, Commander. Mir scheinen, Sie stecken wieder mal Schwierigkeiten. Das! Kannst du laut sagen. Mach die Silvers da sofort stark klar. Und lande direkt auf der Ebene von dem Hauptgebäude. Ich schieße mir den Weg schon frei. Und dann müssen wir sehen, dass wir schnellstens hier wegkommen. Der Freiklänge entkommt. Tut doch was. Ich höre sich ziemlich gut. Er kommt nicht dahin heran. Idioten! Wo? Wo wollen Sie hin? Warum? Unser Freund wird in seinem Schiff entkommen. Aber mir und meinen Piratenjägern wird er nicht entkommen. Hier ist der schwarze Baron. Alle Jäger sofort ins Gefecht. Alle Jäger sofort ins Gefecht. Verstanden, Bob. Alle Jäger in Kaufbereitschaft. So, Kommander Kosmo. Dann wird sich zeigen, wer von uns der bessere Pilot ist. Entmutigende Entdeckung. Kommander, vor uns befinden sich 23 feindliche Jäger auf Anfang Kurs. Ich hab's ja gesehen. Also, gib mir 10% der Antriebsenergie auf die vorderen Schilde. Wir rutschen durch, sehen durch und dann aktiviere das Tarnfeld, damit wir... Was war das? Analyse. Der Tarnfeldgenerator. Ein Jäger hat sich uns von hinten genährt und den Generator getroffen. Gleich ist es los mit dir, Kommander Kosmo. Gleich hab ich dich. Das muss der schwarze Baron sein. Wir müssen ihn abschütteln. Red, ist der Generator schwer beschädigt oder können wir in den Tarnmodus gehen? Besorgte Feststellung. Leider ist der Generator zu stark beschädigt. Er wird nicht in der Lage sein, ein stabiles Feld aufrecht zu erhalten. Unsere Chancen im Gefecht gegen die zahlenmäßig überlegenden Piraten zu bestehen, sind ebenfalls sehr gering. Mein alter Freund von mir sagte stets, erzähl mir nie, wie meine Chancen stehen. Pikierte Aussage. Da soeben auch einer unserer beiden Hyperantriebe getroffen wurde, haben sich diese nicht wirklich gebessert. Ich schlage vor, mich in den Kampfmodus zu begeben und den Jäger hinter uns... Oh-oh. Schon wieder dieses Oh-oh? Unser rückwärtiges Bordgeschütz wurde gerade pulverisiert. Dann schießt er gut. Cosmo, Sie waren ein guter Pilot. Meine Hochachtung. Aber Ihre Zeit ist nun mehr um. Meine Piraten werden den Rest... Was zum? Können Sie Hilfe gebrauchen, Commander? Gellahat! Hier flotten Kommandant in der Interplanetaren Union. Staffelführer 1 bis 5 schwärmen Sie aus und nehmen Sie sich die Piraten vor. Verstanden. Ich nehme mir die da links vor. Wollen wir die auf der rechten Seite? Ich wusste doch, dass es ein paar Schwierigkeiten geben würde. Und so komme ich auch mal hinter meinem Schreibtisch hervor. Und keine Sekunde zu früh. Er freut es dafür halt. Wenn Sie mögen, können wir ein entspanntes Ölbad nehmen, wenn hier alles vorbei ist, Chief Gellhetzer. Gegen die aus dem Hyperraum aufgetauchte Großkampfflotte der Interplanetaren Union, welche Commander Cosmo zu Hilfe eilt, haben die Piraten nicht den Hauch einer Chance. Viele von ihnen werden schließlich gefangen genommen. Lediglich der schwarze Baron kann mit seinem Raumjäger der Flotte entkommen und verschwindet in den Tiefen des Weltweins. Im Hauptquartier des Geheimdienstes auf Central City lassen Geheimdienstchef Chief Gellahat und Commander Cosmo die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Also an Ihren Abenteuern teilzunehmen, das hält einen Jungen. Und Sie wollen wirklich nicht permanent für mich arbeiten, mein Freund? Vielen Dank für Ihr Angebot, Chief. Aber ich muss leider ablehnen. Es gibt da draußen noch viele Abenteuer, die auf mich warten. Und Red und ich, wir sind beide nicht dafür gemacht, zu lange an nur einem Ort zu bleiben. Nicht wahr, Kumpel? Bedingte Zustimmung. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mir nach unserem Abenteuer ein paar Tage der Erholung versprochen haben, Commander. Dies impliziert zumindest eine angemessene Verweildauer an einem Ort. Keine Sorge. Du kriegst schon noch dein Ölbad. Und was passiert nun mit Senatorin Mondra? Die Senatorin wird vor Gericht gestellt. Und sicherlich wegen Hochverrats im Gefängnis landen. Ihre politischen Ambitionen dürften damit beendet sein. Und dieser ominöse schwarze Baron? Tja, über den konnten wir kaum etwas in Erfahrung bringen. Selbst die Senatorin konnte kaum Angaben zu ihm machen. Alles, was wir wissen, ist, dass er nicht aus unserem Teil der Galaxis zu kommen scheint. Und die Senatorin sich nicht ganz sicher ist, ob es sich bei dem schwarzen Baron um einen Menschen handelt. Er soll wohl übermenschlich starke Kräfte haben. Obendrein scheint er auch noch ein exzellenter Pilot zu sein. Sei es, wie es sei. Jedenfalls ist er unserer Flotte entkommen. Und wer weiß, wo jetzt in welche Ecke der Galaxis verschwunden. Ich befürchte nur, wir werden dem Baron nicht zum letzten Mal begegnet sein. Wer immer er auch ist. Kommander Kosmo Die Weltraumpiraten Eine Soundjob-Produktion in Kooperation mit der Hörspiel-Community von Hörtalk.de In den Rollen In den weiteren Rollen Pirat Nummer 1 Michael Piotrowski Pirat Nummer 2 Manuel Otte Pirat Nummer 3 Story Yoshi Piratin Nummer 4 Janin Lange Pirat Nummer 5 Markus Hildebrandt Erik Leih Erik Leih Als Regierungssprecher Jan Hennings Als Frachterkapitän Maria Arato Als Operator Michael Malevsky Als Palastwache Christine Helmecke Als Flottenkommandantin Anja Klukas Als Zivilistin Chris Spennack Als Zivilist Nummer 2 Marco Schmidt Als Zivilist Nummer 3 Und Katrin Haber Als Reinigungstruide Idee, Produktion, Musik und Sounddesign von Markus Hildebrandt Lektorat von Lars Michael Hahn Dieses Hörspiel entstand unter Mitwirkung der Community von Hörtalk.de und steht unter Creative Commons Lizenz 4.0 für non-kommerzielle Verwendung